Wenn ein neuer Patient zu uns in die Praxis kommt und er aufgenommen ist, werden wir ihn als erstes sehr umfassend untersuchen. Dabei untersuchen wir zum einen in Richtung Karies und zum zweiten untersuchen wir das Zahnfleisch. Das machen wir grundsätzlich bei allen Patienten so systematisch seit 19 Jahren. Das ist auch in unserem Qualitätsmanagement so verankert. Die Kernleistung unserer Praxis ist auch das Motto unserer Praxis, rettet die Zähne. Das versuchen wir auf allen fachlichen Ebenen zu tun, von der Kariesbehandlung, der Zahnfleischbehandlung, der Chirurgie, dem Zahnersatz. Und dabei ist es für uns natürlich von ganz großer Bedeutung, dass auch die ästhetischen Wünsche des Patienten vollständig erfüllt werden. Wenn wir neue Patienten haben und die in unserem Fragebogen ankreuzen, dass sie ein höheres Maß an Angst haben, werden wir das mit denen besprechen, werden gucken, was die Ursachen sind. Häufig ist es schlechte Erfahrung, Kindheitstrauma, Schmerzen, ausgeliefert sein. Und diese Themen besprechen wir dann mit ihnen und finden Methoden, wie die Patienten damit umgehen können. Wir haben hier sehr moderne Geräte in der Praxis. Wir sind immer auf dem neuesten Stand. Das heißt also, mein Kollege und ich, wir sind sehr fortbildungsorientiert, gehen jährlich auf Fortbildungen. Wir haben zum Beispiel hier ein DVT. Das ist ein dreidimensionales Röntgengerät. Das hat nicht jede Praxis. Wir haben ein OP, ein Mikroskop hier in der Praxis, wo wir aufwändige Wurzelbehandlungen mit betreiben können. Auch das ist nicht Standard in einer Praxis. Wir haben, ich sage jetzt mal, auch verwöhnte Patienten, denn wir bieten auch Zeiten an, die eben halt für Berufstätige sehr wichtig sind. Termine zum Beispiel nach 18 Uhr. Wir haben eine ganz einfache Philosophie. Wir versuchen, jeden Patienten so gut zu behandeln, wie wir es irgendwie können. In allen Bereichen, die wir hier in der Praxis anbieten. Das hat dazu geführt, dass viele unserer Patienten uns weiterempfehlen und die Patienten, die auf Empfehlungen zu uns kommen, suchen genau diesen Zahnarzt, der ihre Zähne erhält.